hallo und hier ist eigentlich zu 839 respektive der bahngigant wie sie bald auf deutsch heißen wird so let's check ist ja mal sehr gut angekommen würde ich sagen und gaben paar fragen paar wünsche paar anregungen und der wunsch nach let's play ich würde durchaus gerne let's play machen aber das jetzt runterbiegen in zwei drei wochen ist vielleicht ein bisschen knapp darum hätte ich eher gesagt mach mal zwei oder drei folgen wo ich euch einfach das spiel ein bisschen genauer zeigt so die grundprinzipien und was es überhaupt geht wie man baut wie man die stadt erweitert und ja solche dinge und dann können wir gut vorbereitet ins let's play vom bahngiganten starten wenn er denn mal rauskommt mitte dezember ist es hoffentlich soweit so und ich habe uns da hier eine relativ kleine stadt jetzt mal ausgesucht zum starten da gibt es zwei bahnhöfe darf pendelt ein zug hin und her das ist der hier weiß ich ihn erwischt so die nun zug der zugnummer null und irgendwo ist auch ein bus unterwegs genau hier mag sich gar nicht anklicken lassen und ein lkw das ist mehr oder weniger alles ja und um was geht es in a train um das noch mal zu wiederholen das zentrale element so ich spule mal vor auf mittag das bisschen heller ist das zentrale element in a train sind waren also da gibt es auch nicht verschiedene typen nur einen das sind einfach waren diese kisten hier diese container die werden zum beispiel wie hier in einer fabrik hergestellt die produziert da montag bis freitag ein paar kisten ein paar container und unser lkw den ich gerade vorher irgendwo gesehen habe jetzt aus den augen verloren da fährt er der liefert diese kisten na der mag sich nicht anklicken lassen ok der liefert diese kisten hier zum beispiel zu dieser ladefläche kann ich einmal zeigen der wird jetzt da irgendwo stehen bleiben in der nähe jetzt mal da oben die dann abladen so gleich macht das einmal umdrehen und da sind sie und aus diesem waren wird im prinzip in a train alles gebaut also die ganzen gebäude bestehen aus diesen waren also wenn ich jetzt zum beispiel hier was bauen will gehen wir mal auf häuser einmal ein kleines da steht hier sechs waren braucht das ganze baue ich mal da daneben hin und können sie zuschauen wie da sechs waren verschwinden zack und sechs hinweg jetzt kann aber nicht nur ich bauen sondern der computer baut auch der verbraucht auch diese waren und damit er sie verbraucht muss man im prinzip der stadtwachstum anregen und das geht mit den zügen und seit 89 eben auch mit den bussen indem man passagiere irgendwo hin liefert oder abholt das würde ich sagen zeige ich euch jetzt an einem ganz frischen beispiel wo ich euch auch gleich ein bisschen erklären kann wie man in 89 baut gleise und straßen so schauen wir mal da ist ja am bahnhof der hat zwei gleise eins davon ist noch frei dass wenn wir daneben zum anschließen und eine sache auf die ich noch nicht drauf gekommen bin oder es geht vielleicht nicht man kann offensichtlich mit der bahn nicht eine straße überqueren nur umgekehrt ja kann man nicht ist natürlich relativ weil was man immer machen kann ist in die höhe bauen und natürlich eine brücke darüber machen das geht sowieso übrigens auch neu finde ich ganz toll bei train 9 dass man jetzt eben die erhöhungen die rampen erstens mal sind die durchgängige also wenn man weiter in die höhe bauen will sieht man ja hier die sind schön durchgängig nicht so so wellen treppenförmig wie im a28 durch und man baut das eben hier direkt im zug im gleisbaumenü nicht mit einem eigenen punkt wo man da hin und her wechseln muss zwischen gleisen und rampen zwischen gleise und rampen so ja dementsprechend werde ich mal hier dass ich dadurch kommen ein stück der straße entfernen in der hoffnung dass das dann irgendwie hinhaut soll es probieren was noch mal war ich mal dadurch mal gleich kontrollieren ob ich da jetzt auch drüber bauen kann jawohl das geht so und jetzt muss ich nur noch schauen dass ich da hoffentlich am kraftwerk irgendwie vorbeikommen so ja das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig sage ich jetzt bauen aber es geht es geht man kommt dahinter so und ja jetzt haben wir hier werde ich jetzt einen neuen bahnhof bauen dorfbahnhof wird zum starten sage ich mal genügen also man könnte auch schon den hochbahnhof machen oder einen schönen großen kopfbahnhof mit ganz viel gleisen jetzt für so ein kleines wachstum so ein zweites dorf da genügt wirklich der kleine länge 6 das passt weil der der hier steht soll das auch länge 6 dann stimmt das zusammen und ich denke ein zweites gleis werden uns leisten für den fall dass wir noch mal weiter bauen oder dass wir irgendwas anderes hierher liefern muss oder wie auch immer so die brauchen übrigens keine waren zum bauen das ist das einzige so ziemlich was keine waren braucht zum bauen und die fabriken glaube ich brauchen auch keine fabriken lagerflächen und bahnhöfe wenn ich mich recht erinnere und was man nicht machen muss aber machen kann ist auch die straße darüber legen früher und früher ist jetzt in dem fall wieder 8 8 da hat man straßen nicht selber bauen können da haben darauf warten müssen dass der computer sie baut das kann man inzwischen selber machen finde ich super macht auch sinn damit man ja die lkw und die busse auch durch die gegend schicken kann so und wenn man jetzt will dass hier ein neues wohngebiet entsteht braucht man zwei dinge nämlich erstens den zug der hierher fahrt ja weil euch die frage aufgetaucht ist sind es wirklich 200 züge hier in etwa neun jahr sind es wirklich ungefähr und im bank giganten werden es voraussichtlich 50 wurde mir zugetragen von einem zuschauer ja und ich sage mal so was nehme ich da ich glaube ich nehme was nehme ich denn so mal nach geschwindigkeit sortieren bisschen was flotteres mit schauen wir mal auch als kurzes sagen wir mal ich nehme einfach mal den mit zwei anhängern also man könnte auch bis zu zehn jetzt drauf gehen zum teil je nach modell 260 leute haben da platz ja gehe ich mal auf drei vorsicht halber das glaube ich würde sich dann ziemlich bald lohnen 404 leute 404 das passt so kaufe ich mal und den kann man jetzt direkt eigentlich schon da aufs gleis setzen ist jetzt auch recht schön gemacht kann man mittlerweile bei e9 jetzt auch endlich in die kurven platzieren oder im bahnhof ja eigentlich fast an jede beliebige stelle man kann beim setzen auch festlegen wo soll die lok sein vorne oder hinten in welche fahrtrichtung soll der zug fahren das ist alles ein bisschen feiner gemacht so zug steht den lasse ich jetzt mal fahren und wenn man jetzt nichts machen wird dann pendelt er einfach zwischen diesem bahnhof klappe ich mache das wichtigste auf zwischen diesem bahnhof und diesem bahnhof hin und her und zwar gibt es der fahrplan vor der im moment quasi ja nicht vorhanden ist da heißt eben zug nummer eins auf gleis nummer eins kann man übrigens einstellen dass man eben jedes gleis einzeln steuert vom fahrplan also wenn der zug auf einen anderen gleis einfahren wird könnte auch einen anderen fahrplan haben muss man aber nicht so machen der soll ja einfach zehn minuten halten und dann wieder zurückfahren und da ist dasselbe eingestellt zehn minuten halten zurückfahren wenn man jetzt einen fahrplan machen will geht das relativ einfach kann man zwar hier hergehen und sagen nein nicht einfach nur zehn minuten halten sondern bitte lieber zug fahr zum beispiel um ja sagen wir mal um 8 uhr und fertig das wäre eine einstellung dann fährt der zug hier einfach um 8 uhr in der früh und sonst gar nichts wer wird jetzt da stehen bleiben bis 8 in der früh spule ich mal vor und dann fährt er und drüben bleibt zehn minuten stehen kommt wieder zurück wenn man jetzt öfter am tag fahren lassen will ist auch kein problem stellt man einfach hier intervalle ein zum beispiel sagen wir mal drei stunden vier stunden dann sollte eigentlich alle vier stunden fahren also je nachdem wann er kommt zum nächsten vollen intervall würde dann fahren so warten wir auf 8 in der früh dann schauen wir uns an so fährt kommt wieder zurück irgendwann da kommt er wieder so und fährt jetzt 8 12 16 uhr genau um 16 uhr fährt er wieder und hier gibt man im prinzip die endzeit an wann das letzte mal fahren soll sieht man auch schön hier an den blöcken wie die nach und nach verschwinden in dem fall bis mitternacht falls sich noch ausgeht schauen wir mal nein geht sich nicht mehr aus eine letzte fahrt jetzt fährt er einfach zweimal an diesem tag weil der letzte block geht sich nicht mehr aus und natürlich sagt das auch nichts darüber aus wie lang der zug unterwegs ist also ich könnte hier einstellen intervall von ja keine ahnung einer stunde heißt aber nicht dass jetzt da irgendwie 10 15 mal hintereinander fährt sondern je nachdem wie lange halt unterwegs ist heißt nur dass er zu jeder vollen stunde abfahren wird wenn er da ist ok und ja ein andere eine andere einstellung gibt es auch noch das ist glaube ich wenn sie mich nicht täuschen einfach durchfahren durch den bahnhof die da unten ehrlich gesagt muss ich mir noch anschauen so lasse ich jetzt aber mal auf ja keine ahnung sagen wir mal um sechs in der früh das erste mal und zu jeder vollen stunde je nachdem wenn er da ist und von mir aus bis 22 uhr so ok passt jetzt haben wir mal unseren zug der hier fährt natürlich leer weil hier ist ja noch nichts jetzt müssen wir eben waren her schaffen das ging jetzt zum beispiel auch mit einem güterzug kein problem könnte man hier entweder beide über das gleiche gleis lotsen mit weichen entsprechender weichenstellung oder man verwendet ja ein lkw und wenn wir schon lkw haben würde ich sagen machen wir das alles was wir brauchen ist hier ein lkw ladeplatz bzw muss ich nur mit ladeplatz sein kann auch einfach so eine endstation quasi sein so die setze ich daran und was man auch braucht ist lagerflächen die gibt es hier die müssen in einer bestimmten entfernung oder man in einer bestimmten maximal entfernung von der haltestelle mache ich mal zwei ich glaube es sind 400 meter oder so müsste ich noch mal nachschauen und jetzt kaufen wir uns entsprechend auch ein lkw da gibt es im prinzip glaube ich drei verschiedene das ist das schmal kleine große und große schnelle also wie man hier sieht ein 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 container der platz 40 kmh hier zwei container 35 kmh zwei container 40 kmh kaufe ich mal so einen und da läuft das gleich für den kann man auch einen fahrplan erstellen bei den haltestellen könnte man macht aber in den wenigsten fällen sinn weil man will ja eigentlich dass die im dauerbetrieb sozusagen fahren jetzt weiß der liebe lkw allerdings nicht von wo nach wo erfahren soll und wenn ich den da jetzt hinsetzt auf die straße ja dann würde einfach irgendwo hinfahren und das wollen wir auch nicht darum kann man sowie beim zug wenn man weichen hat die man stellen kann kann man hier kreuzungen stellen so lkw nummer zwei schauen wir mal da zum beispiel soll er zusammenbringen irgendwie so ein oder zwei bitte soll links abbiegen heißt erfährt jetzt darunter wird hier einladen vorausgeiz mir stellen dass ein das müsste sein hier voll laden heißt das und dann soll er da nach rechts wird zurückfahren da geradeaus das passt auch und fährt dann darüber da muss er dann links abbiegen und hier soll er ausladen und dann nach rechts wird zurück das sollte eigentlich gewesen sein schauen wir mal ob das auch funktioniert an der kreuzung bleiben sie eine zeit lang stehen vor allem wenn man auf pause hat dann erst recht so schauen wir mal das sollte zu eigentlich zwei container einladen genau und bringt jetzt darüber in unsere ja hoffentlich bald kommende neue stadt so und lädt die da auf der nicht gelegenen ladefläche ab ja das kann einfach mal laufen lassen und ein bisschen zuschauen wieder der waren anliefert und dann irgendwann in nicht allzu langer zeit genau entstehen da die ersten felder wird so eine ländliche gegend raus und dann bald mal werden die ersten häuser entstehen es ist schon weihnachten schauen es ist nicht weihnachten sie sehr jänner darum klar startet immer im jänner jetzt kann man im prinzip dazu schauen wie sich das entwickelt man könnte jetzt auch selber nachhelfen indem man ja das eine oder andere hier baut zum beispiel schauen wir mal wo haben wir die geschäfte jetzt muss ich selber durchschauen die sind hier könnte man zum beispiel den wert dagegen ein bisschen erhöhen indem man hier ein geschäft baut nehmen wir mal ein bisschen was kleineres vielleicht das hier das baue ich jetzt dahin an die kreuzung braucht zwölf waren gehört jetzt übrigens auch uns also wird jetzt auch gewinn oder verlust machen in dem fall schätze ich mal eher verlust weil hier noch keiner einkaufen geht regt aber ein bisschen die entwicklung der gegend an hoffe ich zumindest werden wir gleich sehen ob da irgendwer dazu zieht und wenn es einen zu wenig waren sind zweiten lkw oder eben mit einem güterzug das anliefern naja da ist der erste ein haus gebaut sehr schön und jetzt sollte unser zug dann auch langsam also noch wieder vermutlich verlust machen aber eventuell zumindest ein paar passagiere dorthin liefern schauen wir mal mit wie viel er da hin fährt ah ja eh schon quasi voll das ist schön 404 haben platz da zeigt es eine höhere zahl an weil die züge können auch überladen werden so schauen wir mal in der früh wird er vermutlich relativ leer noch fahren ja da fahren noch null leute mit ja und da wird man jetzt eben eine zeit lang einfach warten müssen wie gesagt könnte man auch selber ein bisschen anregen aber ich lasse jetzt einfach mal und schau was passiert so in der zwischenzeit werden uns um was anderes kümmern nämlich könnte man zum beispiel was könnte man machen sagen wir noch einen zweiten versuch wagen die stadt auszudehnen und gleich ja machen wir das zeige ich euch noch ein paar andere sachen ja zum beispiel was auch geht ist relativ problemlos stationen vergrößern muss man einfach passend drüber bauen zum beispiel zeige ich hier dreigleisig kann das jetzt hier drauf setzen und zack schon ist eine dreigleisige da werden wir jetzt würde ich sagen auch wieder mit einem gleis raus fahren vielleicht da irgendwo rüber so bisschen was kürzeres da auch wieder eine station so und diesmal werden wir probieren aber mit güter mit güter was anzuliefern so ich mache jetzt doch frisch gleich ein viergleisiges so sind zwar ein paar häuser flöten gegangen aber macht nichts weil da kann ich euch weichen und so auch noch zeigen so geht ein relativ einfach war im 18 auch um einiges komplizierter hier um weichen zu erstellen muss man einfach die gleise passend zusammenführen beziehungsweise beziehungsweise ja das macht man geht ja ums herzeigen haben hauptsächlich da mache ich mal dasselbe so und werde es da auch mal einen zug rüber schicken und zwar nochmal denselben würde ich sagen so setzen wir den gleich aufs gleis genau der fährt auch schon brav und für den werden wir jetzt ein bisschen engeren Fahrplan erstellen der soll fahren von hier ab sagen wir um 17 uhr weil das ist auch so eine berühmte methode bei a train wenn man die entwicklung einer gegend etwas gezielter anregen will dann kann man zum beispiel auch bestimmte abfahrtszeiten wählen und der zug also muss man aufpassen das ist glaube ich bahnsteig 2 auf den man momentan einfährt ja dann machen wir das gleich anders dass das auch noch herzeigen kann bahnsteig 1 einstellen und entsprechend die weiche machen was ich aber sagen wollte man kann die entwicklung einer gegend ein bisschen gezielter anregen indem man zu bestimmten zeiten dorthin fährt zum beispiel um 8 in der früh losfahren aus einem wohngebiet um 17 uhr nachmittags losfahren aus einem bürogebiet so kann man die entwicklung ein bisschen beeinflussen so ja weichen stellen relativ einfach kann man auch für einen bestimmten zug machen einfach sagen ja soll der abbiegen oder geradeaus fahren eben weil jetzt gilt der fahrplan den ich hier eingestellt habe nicht weil den habe ich auf den aufs gleis 1 gebunden so jetzt warten wir mal genau jetzt ist er auf dem gleis 1 wird er auch brav warten und nur um 8 uhr in der früh fahren so hier werden wir dasselbe machen da habe ich das auf gleis 1 gemacht das bringt nichts der ist nämlich auf gleis 4 zumindest wird er auf gleis 4 sein oder machen wir gleis 3 dann passt das schon und zwar um 17 uhr habe ich gesagt soll er zurückfahren so schauen wir ob er das auch macht warten wir mal bis 8 in der früh bis er da losfährt so da fährt er sehr gut und fährt dann hier um 17 uhr hoffentlich zurück schauen wir mal so perfekt ja und jetzt wollte ich euch auch noch zeigen dann kann man natürlich auch mit dem zug waren transportieren für das bauen wir jetzt mal einen halbwegs billigen frachtzug mit was machen wir sagen wir mal 3 dreiteilig ja machen wir dreiteilig passt und da ist jetzt eben mit absicht nur ein gleis zur verfügung für die zwei und da könnte man jetzt zum beispiel das so machen pflanze ich den mal dahin so ok so der soll da geradeaus fahren das passt und soll hier abfahren um auf bahnsteig 2 das passt soll hier abfahren um ja zum beispiel um 8 uhr 30 also 30 minuten nach unserem schnellzug nach unserem personenzug fährt er dem hinterher mal schauen ob das funktioniert müssen wir uns anschauen und wird dann hier in diesen bahnsteig einfahren und da müssen wir erst schauen wann er daran zurückfährt weil sich das nicht ausgeht kann man das anders machen könnte man zum beispiel sagen ja dann soll er halt in der nacht die lieferung machen aber jetzt schauen wir uns das einfach mal an und das ist eins der reize sag ich immer für mich bei a train aber was ich noch vergessen habe muss ja einstellen dass er hier wo war das da voll lädt und da entlädt so ah na umgekehrt natürlich hier vollladen und hier entladen und entladen muss er ja auch irgendwo hin ganz vergessen braucht es noch lagerflächen ja was ich sagen wollte der reiz an a train ist einfach auch das rumprobieren das fahrplan optimieren noch irgendeinen zug aufs gleis quetschen weil es gerade irgendwie spaß macht ohne dass man jetzt unbedingt muss aber ja einfach rumprobieren das ist für mich das schöne bei a train so der fährt jetzt um 8 und um 8.30 fährt der güterzug hinterher werden wir schauen ob er schnell genug ist dass er rechtzeitig da ankommt bevor der der personenzug wieder zurückfahren will und ist schon klar ein zweites gleis wäre da jetzt viel praktischer aber da geht es jetzt nur ums herzeigen so man schaut ob die weiche auch richtig gestellt ist jawohl genau fährt er es da rein würde jetzt hoffentlich hier Wahn äh Wahn mitnehmen so kleinen Moment bitte so oh und fährt schon ab warum fährt er schon ab äh genau weil ich aufs falsche auf dem falschen Bahnsteig das eingestellt habe bin ich auf Bahnsteig 2 aber eigentlich ist er ja auf Bahnsteig 4 da muss man ein bisschen aufpassen äh muss man auch nicht so machen in der Regel mache ich so dass alle Bahnsteige für alle Züge gelten ich habe das jetzt hier nur aktiviert so ein bisschen rumprobieren so äh Zug wenden mal schaue ich das zusammen bekommen wo war das ah jetzt bin ich im im Fahrplan Wizard gelandet was war Zug wenden ich weiß es nicht mehr da genau passt so dann probieren wir nochmal ob das jetzt hinhaut und da wird die Kameraverfolgung drin das wollte ich eigentlich auch nicht ja ist sich mehr oder weniger ausgegangen sage ich mal so da wieder die Kameraverfolgung raus aber er hat's geschafft bringt jetzt da Waren her sollte das auch rechtzeitig ja passt und im Prinzip ja liefern wir jetzt hier halt Waren an mit einem Güterzug schauen wir nochmal ob das hinhaut ja jetzt stimmt's sehr gut okay ja schauen wir mal ob in einer anderen Stadt im anderen neuen Stadtteil schon was passiert ist ja steht immerhin ein zweites Haus bisschen was ist ja schon los und er eben fördert natürlich jetzt nicht nur den Wachstum hier wo die neue Stadt entsteht sondern auch hier von der wo man im Prinzip die Passagiere abholt und wieder zurückbringt die wächst da auch mit okay ja ich würde sagen für den Moment lassen wir es gut sein lasse ich mal noch ein bisschen laufen in der Hoffnung dass das weiter wächst ahja schaut sind schon drei Häuser ja für den Moment lassen wir es gut sein würde ich sagen nächstes Mal was machen wir nächstes Mal vielleicht ein paar Häuser selber bauen helfen wir mal einen Blick auf die Finanzen werfen ahja schaut da entsteht jetzt auch schon eine Stadt klein aber fein ja passt dann war es das für diesmal sag ich alles Liebe alles Gute hoffe es hat euch gefallen nächstes Mal geht es dann weiter ja tschüss tschüss und baba